Ja, ich bin jetzt in der Backstube hier bei Hansens und ja, hier ist einer der Bäcker, der mit der Horst der Butter hier arbeitet und der stellt sich kurz mal vor. Moin, ich bin Torben, arbeite hier auf Föhr mit der schönen leckeren Butter von Horst und funktioniert super. Und was für leckere Produkte machst du aus der Horst der Butter? Eierlecken, Schokobrötchen, Rosinen, Kneppkuchen. Lecker, die werde ich doch mal alle probieren.